Nächster Jahrgang Mädcheneinzel 13 aus dem Jahrgang 2010-2011. Wir gratulieren zum dritten Platz der Linkzi oder auch Bianca Zengen von der TG Neuss. Herzlichen Glückwunsch. Ein paar Stufen höher darf es schon gehen, das ist ja bisher gut mit dir. Und die zweite drittplatzierte ist Polina Krugoscheier. Herzlichen Glückwunsch, Polina. Und damit kommen wir zur Silbermedaille, die geht an den TSV Oberstdorf, die Suri-Lowin-Sommer. Suri-Lowin, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und dann fehlt noch unsere hoffentlich strahlende Siegerin Goldmedaille bei den Mädcheneinzel 13, die Vanessa Kulczykan. Herzlichen Glückwunsch, Vanessa. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch.